Es kommt hier an unseren acht Tennis-Trips vorbei, gerade spielt die Kati, macht eine Trainerstunde. Das macht die Kati und der Till. Ansonsten kostet dann eine Stunde für Erwachsene 45 Euro und für Kinder glaube ich 40. Dann kann man auch kennenlernen, Turniere hier oder auch Partnerbörsen, wo man sich eintragen kann. Die Schläger kann man so ausleihen, die Bälle kosten glaube ich vier, die Bälle 10 Euro. Wenn ihr weiterlaufen würdet, kommt ihr an den Basketballplatz raus und an der Functional Area, das ist ein Functional Turm für Körpergewichtstraining, aufgebaut. Und dann am Ende noch die Wellfield-Ebene, da sind Kurse statt wie Cycling oder Iron, diese optisch anstrengenden Kurse sind da. Dann Richtung, noch weiter, kommt ihr an die Schranke, wo ihr reingekommen seid mit dem Bus. Da könnt ihr dann einen Kilometer weiter in den Ort laufen. Da ist am Mittwoch immer Markt und von hier aus zehn Minuten Laufwind. Taxi kostet von hier aus bis dahin fünf Euro, hin und zurück zehn Euro. Tschüss. Erstmal gucken.